Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Der Garten der Liebe. So heißt dieses Liegesystem und hier geht es um Liebepartnerschaft. Es ist nicht nur das Liegesystem, sondern das ist eine Art Beratung von mir. Und so heißt auch diese Videoberatung der Garten der Liebe. Es ist nicht nur die Legung, sondern kommt eine mediale Botschaft dazu. Und diese persönlichen medialen Botschaften sind nicht meine eigenen Gedanken. Und ich beeinflusse das auch nicht. Ich empfange das und gebe ich weiter. Dann erkläre ich auch, was bedeutet euren Vornamen, was bedeutet die Vornamen von euren Partner oder Wunschpartner. Und ich vergleiche das auch astrologisch. Diese Videoberatungen bleiben nach wie vor anonym. Ein Honorar beträgt für diese Art von Beratung der Garten der Liebe insgesamt 25 Euro. Diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo für Viktoria. Und ich beschreibe kurz ihre Situation. Sie hat ihre große Liebe, aber er ist verheiratet. Und sie hat das beendet und möchte wissen, ob er noch sie liebt und ob er noch zurückkommt. Liebe Viktoria, das ist dein Video und ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für deinen Auftrag. Und ich beginne mit deinem Vornamen. Was bedeutet dein Vornamen? Natürlich die richtige Vornamen. Du brauchst Sicherheit und Stabilität. Du suchst auch deinen Platz im Leben. Du bringst auch schnell etwas in Ordnung. Du kannst auch gut arbeiten. Leider wird es immer wieder ausgenutzt. Du hast Möglichkeiten im Leben. Manchmal verpasst du diese Möglichkeiten. Aber das Schicksal schenkt dir nochmal diese Chance. Du vertraust nicht jedem. Du überprüfst auch mal etwas. Das kann aber dein Hindernis sein, weil das macht dich unbeweglich. Du bist herzlich und hilfsbereit. Du bringst auch mal etwas in Schwung und kannst auch Probleme lösen. Du bist anpassungsfähig. Du bist anpassungsfähig. Versagen, verlieren kannst du nicht. Wenn du dich in die Mitte stellst und dich selbst im Glanz bringst, bekommst du Aufmerksamkeit und das verleiht dir ein interessantes Erscheinungsbild. Das erzählt mir dein Vorname. Jetzt schauen wir sein Vorname an. Er findet alleine die Mitte und die Ruhe. Aber lange die Einsamkeit verträgt er nicht. Er ist besorgt um die Zukunft. Kann auch bedeuten, dass er sorgt um seine Zukunft. Er erträgt die Enge nicht. Manchmal kann er verschlossen sein. Kann auch passieren, dass es alles in Kreisen dreht. Dreht sich alles in Kreisen. Er kann die Enge nicht ertragen. Er ist auch herzlich und hilfsbereit. Bringt auch mal etwas in Schwung und kann auch gut Probleme lösen. Er möchte immer andere beeindrucken. Was er nicht mag, für etwas gezwungen zu werden oder wenn jemand ihm etwas befehlt. In seiner zweiten Lebenshälfte geht es ihm besser. Jetzt schauen wir astrologisch an. Du bist Dienstag geboren. Das ist ein Marstag. Er ist Mittwoch geboren. Das ist ein Merkur-Tag. Ihr habt, so habe ich das wahrgenommen, ihr habt eine karmische Verbindung. Du bist in Tierkreis zeichnen Fischen geboren und sein Mond, was sein Gefühlen symbolisiert, befindet sich im Grenzbereich zwischen Wassermann und Fischen. Und dieser Grenzbereich bedeutet, er hat von beides etwas. Auch vom Wassermann, das ist das Freiheitsliebende, aber auch von Fischen, das ist das Intuitive, die Romantische, diese Gefühlsvolle. Und da kommt ihr mal schon in Harmonie. In deinem Horoskop befindet sich der Planet Venus und das ist die Weiblichkeit. Du als Frau bedeutet aber auch Liebe, aber das ist weibliche Energie, befindet sich bei dir im Tierkreis zeichnen Wider. Und er ist im Tierkreis zeichnen Wider geboren. Habt ihr wieder diese Anziehungskraft? Er als Mann natürlich beeindruckt dich und verliebst du dich. Das ist auch astrologisch sichtbar. Sein Maß symbolisiert seine Männlichkeit und das ist im Tierkreis zeichnen Waage. Also ich könnte vorstellen, er ist ein schöner Mann und achtet auf seinen Äußeren. Und bei dir liegt aber auch etwas im Tierkreis zeichnen Waage und das ist die Aufsteigen der Mondknoten. Und das ist deine karmischen Lernaufgabe. Das ist für dich ein Neuland, die Waage. Das heißt, in Partnerschaft zu leben und das mit Leitigkeit. Und dieser Mann spiegelt dir etwas und das ist für dich etwas Neues, was du entdeckt hast in deinem Leben, was dich auch fasziniert. Und gegenüber dem Wider liegt auch dein Venus, also die Liebe. Aber es ist schwierig hier die Harmonie zu finden, weil es ist so wie in einer Apothekenschale. Da braucht man immer dieses Gleichgewicht. Und es ist nicht einfach im Gleichgewicht zu halten, da braucht man immer einen Entgegenkommen, sonst kippt die Gleichgewicht. Und das erlebst du in dieser Partnerschaft, was auch karmisch ist. Und dieser Mann spiegelt dir karmisch etwas. Dein absteigender Mondknoten symbolisiert deinen alten Karma. Das Gesamte, deinen alten karmischen Erfahrungen, das liegt im Wider. Und er ist im Wider geboren. Also ihr habt eine karmische Verbindung. Und deine Lernaufgabe ist, all das, was bei den Wider-Eigenschaften gut ist, mal mutig zu sein, mal etwas Neues zu starten, von etwas begeistert zu sein. Denn diese Kraft zu haben, das sollst du bewahren, da kennst du dich aus. Aber geh in Richtung Waage, etwas in Harmonie zu bringen, in Partnerschaft zu leben, so dass das gerechtig ist und ist im Gleichgewicht, weil du brauchst diese Harmonie. Du brauchst in Partnerschaft die Harmonie, die Schönheit, die Partnerschaft, aber auch die Luftelemente, das Luft zum Atmen. Und solange bis er gebunden ist, kann er dir das nicht geben, weil er ist nicht frei. Aber er spiegelt etwas, er erinnert dir auch etwas. Und ich würde mal das so behaupten, dass eure Seele kennt, dass es eine karmische Verbindung ist. Seine alten karmische Erfahrungen liegen im Skorpion. Das ist natürlich sehr leidenschaftlich und sehr männlich auch. Und seine Lernaufgabe ist Richtung Stier, das heißt sein Leben in Ordnung zu bringen, Sorgen für Sicherheit und Stabilität oder etwas in Besitz zu nehmen. Jetzt die Botschaft. Deine persönliche mediale Botschaft. Sei vernünftig. Du bekommst ihn nicht. Und das ist das Problem. Er hat dich nicht vergessen. Er liebt dich auch. Aber er wird sich immer herausreden. Und du verlierst Zeit. Lass ihn gehen. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schauen wir die Legung an. Deinen Gefühlen. Zeig diese Karte an. Beherrsche deinen Gefühlen. Es ist die Luft-Element. Du brauchst Leidigkeit. Du sollst von etwas befreien. Und dieser Schwert, das ist ein Schnitttrennen von ihm. Weil das ist für dich die Befreiung. In dem Moment, wenn du von ihm getrennt hast, fangst an zum Atmen. Weil er hält dich gefangen. Wie sind seine Gefühle? Seine Gefühle. Du bringst in sein Leben die Harmonie. Er braucht diese Liebe. Weil das ist für ihn die Befriedigung. Er ist zufrieden mit dieser Beziehung. Er kommt auch mit Gefühlen. Aber die Zahl 4. Er braucht auch die Struktur, die Sicherheit und Stabilität. Seinen Gefühlen brauchen das. Aber die Sicherheit und Stabilität ist nicht in dieser Beziehung zu dir. Die Sicherheit, Stabilität ist die Ehe. Und die Liebe, die Gefühlen, diese Momente, diese Zweisamkeit, diese intimen Momente holt von dir. Und dann hat er beide. Diese schönen Momente genießt er bei dir. Kommt auch mit Gefühlen. Er liebt dich auch. Aber er gibt die Ehe nicht auf. Weil da findet er die Struktur, die Sicherheit und die Stabilität. Und sein Gefühl sagt, bewahre das. Die Gedanken. Das sind deine Gedanken. Oder sollst du in diese Richtung denken? Bestimme dein Weg. Dein Lebensweg. Ziehe von ihm zurück. Weil so findest du die inneren Ruhe. Das kann auch bedeuten, eine spirituelle Richtung. Damit du wieder die Kraft bekommst. Nach innen schauen. Du bist auch kurz nach Neumond geboren. Und dein Geburtstag war kurz nach Neumond. Und die Neumond hat in deinem Leben eine große Bedeutung. Und Neumond bedeutet, wenn Sonne und Mond sich treffen. Und der Mond ist unsichtbar. Und diese Momente ist das Innen, nach innen schauen. Das Licht in unserem Inneren zu suchen. Aber auch finden. Und weil du kurz nach Neumond geboren bist, wirkt. Wirkt auf dein Leben. Weil du hast einen Bezug zu Neumond Phasen. Und immer da schöpfst du die Kraft. Und mit dieser Kraft machst du deine Schritte im Leben. Aber im Neumond sollst du immer nach innen schauen, meditieren, die Ruhe finden. Und da spürst du diese Kraft. Und da hast du einen persönlichen Bezug zu diesem Mond, Energie, zu dieser Kraft. Und dann kannst du was Neues starten. Dann machst du deine Schritte. Und welche Gedanken hat er? Das zeigt diese Karte an. Er möchte nochmal mit dir verabreden. Klar kommt er zurück. Er will diese Momente genießen. Und so denkt er auch. Aber er plant mit dir nicht. Hier in diesem Bild. Denkt nicht in die Vergangenheit. Denkt auch nicht in die Zukunft. Er denkt auch diese Momente mit dir. Und das ist sehr leidenschaftlich. Und das ist ihm wichtig. Diese Momente mit dir zu genießen. Weil du hilfst ihm, dass er zur Harmonie kommt. Weil er das braucht. Weil das ihn begeistert. Aber er will mit dir nur diese Momente genießen. Und er plant keine gemeinsame Zukunft. Die Vergangenheit. Das ist deine Karte hier. Das sind die Sehnsüchte. Du hast Sehnsucht nach ihm. Weil du liebst ihn. Aber das erscheint hoffnungslos zu sein. Du spürst es auch. Also ändere das etwas. Weil auf ihn kannst du ewig warten, wenn er nicht kommt. Also hör auf damit, auf ihn zu warten. Weil das bleibt diese Traurigkeit. Diese Hoffnungslosigkeit und diese Traurigkeit. Seine Vergangenheit und auch seine Hindernisse in der Vergangenheit. Das ist eine Reise. Das ist auch Ausland. Vielleicht seine Mentalität hindert ihn dabei, sein Leben zu verändern. Also diese Veränderung fehlt. Er ist nicht bereit, sein Leben zu verändern. Das kann auch sein Hindernis sein. Und schauen wir, welche Schritte sollst du machen. Diese Karte bedeutet ein verlockendes Angebot. Das heißt, er kommt zurück. So denkt er auch. Und du bekommst ein verlockendes Angebot. Das kann gut gehen. Das kann weniger gut gehen. Du gehst mit diesem weiteren Treffen in ein Risiko ein. Und was sind seine Schritte? Das zeigt diese Karte an. Die Kerlchen zeigen, dass er Gefühle hat. Er liebt dich. Und er möchte dich umarmen. Und er kommt auch wieder. Und er kommt auch mit Gefühlen. Aber hier ist eine dritte Person. Und er hält das fest. Das heißt, er bleibt in der Ehe. Und wohin führt es? Dieser Garten der Liebe hat auch einen Brunnen. Und da sprudelt Wasser. Und das zeigt die Richtung. Wohin führt es? Immer in diesem Zustand. Da bleibt er stehen. Er hat alles in der Hand, was er braucht. Er hat dich. Er hat die Ehe. Er hält immer in dieser Brücke. Diese Übergangsphase. Weil er wird nicht entscheiden. Ehe oder du. In diesen Brücken wäre wichtig zu bestimmen, wohin geht die Richtung. Entweder bleibe ich in der Ehe. Oder gebe ich das auf und ich wähle die Liebe. Das muss aber er. Er muss diese Entscheidung treffen. Aber er wird diese Entscheidung nicht treffen. Weil er bleibt da stehen. Er bleibt so stehen, weil das hat alles, was er braucht. Und die Situation ist immer hin und her und hin und her. Mal zu Hause bei dir. Ehefrau mal bei dir. Und er wird daran nichts ändern. Das wird noch ein paar Jahre genau so sein, wie du das kennst. Liebe Viktoria, ich habe noch eine Botschaft für dich. Und das ist ein Engel. Und dieser Engel unterstützt dich. Such die Führung. Und hier, dieser Engel hat auch das Herz. Du wirst die Liebe bekommen. Aber nicht von diesem Mann. Wenn wir schon bei Engel sind. Ich habe nochmal einen Kanal. Und dieser Kanal heißt Kabbalah Engel Orakel. Und da erkläre ich, dass alle paar Tage ändert sich die Energie, die Engel Energie. Und immer wenn eine Veränderung ist, zeige ich das, welchen Lebensbereichen welche Engel herrscht. Und das ist ein System. Und diese Kabbalah geht in die jüdische Tradition zurück. Das ist die Weisheit der Judentum. Und ihr könnt es auch natürlich anschauen. Und da seid ihr informiert über die Engel. Und da erkläre ich auch, dass wir Menschen haben drei Schutzengel. Eine für die körperliche Ebene. Eine für die Gefühlsebene. Und eine für die mentalen Ebene. Und diese Schutzengel bekommen wir in unserer Geburt. Und die begleiten uns bis unserem Lebensende. Und durch Geburtshoroskop mit Uhrzeit und Geburtsort kann ich das nach diesem Kabbalah, nach diesem System. Das ist ein Ordnung. Das ist ein System. Kann ich ganz genau berechnen, welche drei Schutzengel ihr habt. Und das könnt ihr selbstverständlich auch buchen. Die drei Schutzengel. Mein Honorar beträgt dafür 30 Euro. Und das war diese Erlegung, liebe Viktoria. Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Sehr gut. Vielen Dank.